Ich bin Robert Eikermann und Projektmanager hier bei Strabag in Stuttgart. Ich war schon immer sehr technikbegeistert. Zudem finde ich es sehr spannend, die noch junge Disziplin Informatik hautnah mitzuerleben und diese auch mitzugestalten. In den IT-Services kümmern wir uns insgesamt um einen reibungsfreien IT-Betrieb für den gesamten Strabag-Konzern und deren Mitarbeiter. Bei dem Projekt, was mir bisher am besten gefallen hat, ging es darum, den IT-Arbeitsplatz zu modernisieren und für den gesamten Strabag-Konzern zu vereinheitlichen. Gerade in einem Baukonzern macht das Shared-Desk-Konzept besonders viel Sinn. Nur so kann die dynamische Arbeitsweise zwischen Baustelle und Büro abgedeckt werden. Für mich ist es immer besonders schön, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann und die Ergebnisse von diesem Projekt den Arbeitsalltag in der Strabag ein Stück besser macht. Im Umgang miteinander ist es mir wichtig, dass alle Meinungen gehört werden und wir zusammen als Team das bestmögliche Ergebnis erreichen. Die Strabag ist eine attraktive Arbeitgeberin auch im IT-Sektor, da über die Digitalisierung im Baugewerbe sämtliche IT-Disziplinen bei uns im Konzern abgedeckt werden. Ich empfehle Bewerberinnen und Bewerbern, ihre Fähigkeiten gut einzuschätzen und dann darauf zu vertrauen. Meine Stärken sind immer ein offenes Ohr für Kollegen zu haben und Technik als Chance für die Zukunft zu verstehen. Und wo liegen deine Stärken? Die Stärken sind immer ein offenes Ohr für dich. Die Stärken sind immer ein offenes Ohr für dich. Vielen Dank.